Hi Ho und Willkommen zurück meine lieben Rollenspielfreunde zu Tyronee. Perfektes Timing, wir haben einen neuen Gegenstand erhalten. Verzweifelte Abhilfe. Ok, Stillstandsschild und Gesundheitsbonus. Packen wir mal das zu den Usables. Davon haben wir ja mehr als genug. Gut. Ok, in der letzten Aufnahmesession sind wir ja hier in den Rostschluchten angekommen und sollen uns jetzt links herum durchs Lager schlagen. Haupttor des Lagers, Plündererlager und jede Menge Zeit zum Plündern. Und ja, gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier über die Brücke kommen, die ist ein bisschen verteidigt. Also buffen wir erstmal hoch. Du buffst sie und du buffst dich selber. Dann benutzt du noch den Kegel. So hat es beide getroffen. Jo hat beide getroffen. Barsner Wappengenosse, hol deine Segel ein Fremder. An dieser Brücke beginnt das Territorium der Ungebrochenen. Er kratzt mit seiner Klinge eine Linie in die Holzpolen vor sich. Kyrostrom haben bereits versucht uns zu besiegen. Bis hierher sind sie gekommen. Ich kenne dich und deines gleichen Nordländer. Mir ist noch nie ein Mann oder eine Frau aus Kyrostromäne begegnet, die nicht versucht haben meine Landsmänner in die Gemeinschaft einzuladen. Ich gebe dir diese eine Gelegenheit zu verschwinden. Andernfalls bin ich bereit mein Leben zu geben, um diese Brücke zu verteidigen. So bedeuten sie auch erscheinen, Mark. Was willst du von uns? Wie lange kämpft er schon gegen Kyrostruppen? Er hält ihn um an seinen Fingern abzuziehen. Lange genug um mindestens zweimal Söhne zu bekommen. Nach dem Sturm dachte ich, Kyrost wäre mit unserem Leid zufrieden. Aber der Oberherr findet noch immer Gefallen daran uns zu treten, obwohl wir am Boden liegen. Wir kennen diese Schluchten wie die Rückseite unserer Schilde. Und wir lassen uns nicht von einem Haufen sturköpfiger Pissnasen in Eisenrüstung verjagen. Er wirft sich stolz in die Brust. Man braucht Schneid um eine Belagerung oder einen langen Feldzug zu überstehen. Und Schneid haben wir im unbeugsamen Land im Überfluss. Was liegt hinter dieser Brücke? Der Wachmann reibt sich das Kino musterdicht. Nichts was jemand wie dich interessieren würde. Und wenn du jetzt fragen möchtest, warum verteidigt ihr sie dann? Dann spar es dir. Wir haben Vorräteausrüstung und Soldaten der Ungebrochenen. Das reicht als Grund. Die Ungebrochenen geben selten nach und noch seltener Quartier. Wir sollten die Entschlossenheit dieser Pründerer nicht unterschätzen. Dann lebt wohl. Ich geh trotzdem rüber. Geh zurück bevor es ungemütlich wird. Okay. Das heißt, die Jungs müssen weg. Äh. So. Gut. Da er so nah ist, probier mal du einen Stoß. Und du ein arkales Geschoss. Wer weg. Schwächt den mal vor dir. Der ist schon umgeworfen. Also. Greif ihn mal so an. So. Du brennst den mal ein bisschen. Damit er nicht so sehr angreifen kann. Du hälst dich mal selber. Und du kriegst einen Herzschuss ab. Bis jetzt läuft das ja ziemlich gut eigentlich. Noch keiner ist wirklich verletzt. Der ist schwer verletzt. Also. Schock ihm mal. So. So. Einer ist schon mal umgefallen. Dich können wir mal umhauen. Du kriegst noch mal einen Stoß ab. Du bist zu dem Tore. Du bist immer noch da. Wie lässt dich. Gut. Du hälst dich nochmal selber. Du tust den dann mal rauweig. Stacheln. Und ganz ehrlich. Ich muss mal. Ähm. Sound. Und. Die Musik laut Stärke noch ein Stück runter drehen. So. So. Der ist auch tot. So. Wir graben den mal. Hat nicht so ganz geklappt. So. Das hat jetzt wiederum gut geklappt. So, alle geheilt. Dann speichern wir mal. Jetzt, wo wir die erste Hürde genommen haben. Oh, was ist das? Eisenschuhe. Der Gestank von Menschen, die in einem eigenen Ruhm hart gebadet sind, steigt aus einer mit Spießen in der zweiten Grube empor, in der einst Gefangene eingesperrt waren. Ihr beide lebt noch da drin. Und wir haben was gefunden. Und dieser Helm wurde durch das ständige Pomponement von Stamm und Sand im Bezug gerichtet. Unter dem Schmutz und den Dellen ist jetzt auch zu erkennen, dass er von ungewöhnlich hoher Qualität ist. Ein Meisterschmied im Turm, Upgrade Schmiede, weiß vielleicht mehr über diesen Gegenstand. Okay. Bringt diesen Gegenstand zum Schmied, dem Turm Upgrade Schmiede. Da, in der Pid. Wahrscheinlich Prisodier. Duda ruft die eine Stimme aus der Grube zu. Überall in der Grube die ihm aufgeschwiegste Soldaten rum und die wenigen Überlebenden dringen nach Luft. Diese ungebrochenen Hunde haben uns hier zum Ausbluten und Vergammeln zurückgelassen. Bitte hilf uns. In der Ecke getrieben und verängst sich. Egal wo sich Grave Lashes befindet, den Schrecken dieser Soldaten hier kann er mit Sicherheit spüren. Wir haben Informationen, wertvolle Informationen, die nur die Geschmähten wissen. Wenn du uns die Freiheit gibst, werden wir dir alles sagen, was wir wissen. Sie aus der Grube ziehen. Keiner von euch sieht besonders schwer aus. Gebt mir die Hand. Ein Hebel ihm vorvisieren. Einer dieser Speere sieht locker aus. Zieh ihn aus dem Boden, dann kann ich euch damit herausholen. Das könnte eine Weile dauern, aber ich werde versuchen, euch herauszuziehen. Verrottet ruhig in eurem Gefängnis. Bleibt erstmal drin. Ein Hebel improvisieren. Als die Soldaten endlich aus der Gruppe heraus sind, fallen sie auf die Knie und seufzen erleichtert. Ich dachte, wir würden nie wieder aus dieser Gruppe herauskommen. Hier, neben diesen Schlüssel. Wir haben ihn einen Plünderer abgenommen und nördlich von hier scheint es eine Art Schatz zu geben. Als wir ihn folterten, sagte er etwas von einem Felshaufen in der Nähe eines Banners. Die gesünderen Gefangenen helft den schwächeren Männern auf die Beine und worauf die Gruppe ihren Rückmarsch zum Lager antritt. Gut, das wäre damit auch erledigt. Das heißt, wir können jetzt von hier aus in das Lager eindringen. Äh, Tor. Diese Tore wurden mit gepünderten Metallsoftware, die verstärkt und halten vermutlich viel in Hiebenstand. Dann schlagt das bei Athletic plus sieben. Okay. Himmelsklinge, Himmelsklinge und eine Resolutklinge. Eine eiserne Großaxt. Okay, das heißt, wir buffen mal wieder. Und hoffen mal, dass es nur die vier sind, die uns hier angreifen. Scheinen auch nur die vier zu sein. Äh, Rauhreifstachel auf den. Du ziehst mal die Aggro auf den. Okay, die sind sehr angepisst. Oh, Lyra ist gut verletzt. Du fuckl mal den ab. Ähm, nein. Das hier. Das war mein Rauhreifstachel. Kaum verletzt. Jetzt müssen wir Lyra heilen. Wow, ich bin aber auch nicht gerade gut dabei. Sehe ich gerade. Das hat nicht ganz gefruchtet. Du bist ja auch quicksafe, gell? Gut, das heißt, noch mal mit mehr Taktik. Das Problem ist, das sind ein Nahkämpfer und drei Fernkämpfer. Da muss ich, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen improvisieren. So. So. I'll stay downwind of our enemies. So. Will do. Euch beide mal sichtbar machen. So, dann entdeck mich mal. Komm, entdeck mich richtig. Ja, komm. So, jetzt sind es nämlich nur die zwei, die kommen. Du versuch immer zu beerdigen. Und ihr beide kümmert euch mal an, den da hinten. Oh, diese Wemung ist nicht sinnvoll. Hm, Heil Lyra. Du schwächt den mal. Du fackst den mal da hinten ab, dass der nicht so viel Umhalten macht. Oh, ich könnte mal... Oh, ich könnte mal... ...die Fähigkeit benutzen. Ich bin, der nicht so viel Umhalten hat. Ich bin, der nicht so viel Einfluss.